Hallo zusammen! Immer wieder versuche ich mich ja einmal am Rottbier-REC, so einem Vorzeigepianostück. Das ist eigentlich mit Begleitautomat kaum zu spielen, weil individuelle Bassläufe gefordert werden. Ich hatte das auch schon mal mit Unterstützung eines MIDI-Files eingespielt, aber ich möchte es doch gerne einmal mit dem Begleitautomaten versuchen. Da gibt es zum Beispiel eine Stelle, da macht der Bass einen Lauf unisono zum Piano mit. Da kommt die Begleitautomatik gerade so mit und ihr merkt, ganz besonders braucht man natürlich für dieses Stück Bass Inversion. Das heißt, mit dem tiefsten Ton meiner linken Hand wird der Bass gespielt. Das ist auch bei einem weiteren Teil dieses Rottbier-RECs erforderlich. Schaut jetzt mal auf meine linke Hand. Da könnte man sehr schön sehen, wie die unterste Taste quasi den Basslauf spielt. So und jetzt geht's ans Versuchen. Ich bin einmal gespannt, ob ich diesen Titel halbwegs fehlerfrei mit mit der Begleitautomatik hinbekomme. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.